Oh mein Gott, heute wird also wirklich einer der schlimmsten Tage seit langer Zeit. Ein bisschen, ein bisschen stressig. Ein bisschen, ein bisschen stressig gerade. Hallo Leute. Hi, hi, hi. Ich habe auch noch kein vernünftiges Licht. Ich habe es nicht geschafft, mein Setup fertig einzurichten, weil ich leider den ganzen Tag damit verbracht habe, Probleme zu beseitigen. Unser Keller steht unter Wasser. Wir haben ja gerade einen heftigen Sturm hier auf Madeira und es regelt sehr viel und scheinbar ist irgendwas schief gelaufen, dass der Keller komplett voll gelaufen ist mit Wasser und das ist nicht so geil. Das hat uns natürlich heute ziemlich, ziemlich den Plan zerstört. Ich wollte eigentlich heute mein komplettes Setup einrichten. Jetzt habe ich hier so ein provisorisches Setup eingerichtet und hätte ich das gewusst, wäre ich noch mit dem Setup in der anderen Wohnung geblieben. Oh, es ist, also es ist echt, oh mein Gott, es ist echt, es ist echt schlimm. Es ist schlimm, Leute. Es ist schlimm. Irgendwas sitzt auf deinem Sofa. Ja, das ist super. Und wenigstens habe ich einen sexy Hintergrund. Wegenst habe ich, wenigstens habe ich einen sexy Hintergrund. Das ist alles, was mir bleibt. Ich habe leider kein, leider kein vernünftiges Licht. Ah, ich drehe durch. Aber egal. Wir machen heute einen gemütlichen zusammen. Es ist alles so scheiße, weißt du, es ist so alles so dunkel. Hier sieht man im Hintergrund an der Spiegelung das Setup. Ich habe zumindest meine drei Bildschirme aufgestellt. Es heilt auch noch sehr, weil ich natürlich noch nichts drinstehen habe. Deswegen werde ich nicht so laut reden. Also ich könnte jetzt, ich könnte so laut schreiben, wie ich möchte. Hallo! Ich könnte so laut schreiben, wie ich möchte, weil wir haben keine Nachbarn mehr. Das ist kein Problem, aber leider heilt es noch, weil hier noch nichts eingerichtet ist. Ja, also erste kurze Erklärung. Ich bin gerade in der Gästewohnung von unserem neuen Haus. Wir haben ein ganzes Haus gekauft und in diesem Haus ist unter anderem meine Mama, meine beiden Schwestern, mein Bruder untergebracht und auch Sabine und ich in einer Wohnung. Und das hier ist unsere Gästewohnung, wo ich gerade drin bin. Weil unsere Wohnung ist noch nicht ganz fertig. Die wird am Montag fertig. Da muss noch mal komplett Grundreinigung durch, okay? Da ist Baustopp und alles noch. So, ich bin jetzt gerade in der Gästewohnung und das Problem ist eigentlich, hätte ich heute mir den ganzen Tag Zeit genommen, mein Setup hier einzurichten. Ja, also Licht vernünftig und so. Ihr seht jetzt gerade alles nicht so gut ausgeleuchtet. Und es ist okay. Ich habe versucht, die Kamera so gut einzustellen, wie möglich. Das ist auch. Wir haben gerade gar kein Licht hier, außer das Deckenlicht. Und trotzdem muss ich sagen, dafür finde ich, ist die Kameraqualität in Ordnung. Ich hätte eigentlich heute den ganzen Tag Zeit gehabt, das Setup einzurichten. Aber dann ist Folgendes passiert. Heute ist ziemlich, also gestern und heute hat es schon die ganze Zeit ziemlich viel geregnet. Also es ist ziemlich nass draußen. Die ganze Zeit Regen, Regen, Regen. Es ist aktuell so ein bisschen Sturm hier. Und uns ist ein Kellerraum. Das war noch ein Video von heute Mittag, okay? Ich habe es erst vor drei Stunden auf Twitter gepostet, aber das war noch ein Video von heute Mittag. Es ist viel schlimmer geworden. Viel schlimmer. Und zwar hat das meine kleine Schwester gefilmt, da waren wir noch gar nicht da, heute Mittag. Und man kommt in diesen Keller rein und denkt sich so, okay, alles nass, warum? Und dann ist einfach das hier, ist das Belüftungssystem. Also hier drüber wird die Ventilation, also diese Luft nach draußen geblasen, also von Klimaanlagen und so weiter und so fort. Also wie heißt das, was man über dem Herd hat? Abzughaube und bla bla bla. Das ist unser Belüftungssystem, okay? In das Belüftungssystem ist Wasser reingelaufen und nicht gerade wenig. Das komplette Rohr ist durchnässt. Also eigentlich soll das trocken sein, das komplette Rohr ist durchnässt. Hier ist alles nass. Die ganze Wand läuft Wasser runter. Und wenn wir es nicht gefixt kriegen, dann wird es anfangen zu schimmeln und alles. Wir müssen wahrscheinlich das komplette Belüftungssystem austauschen. Und wir müssen erstmal finden, wo das Wasser überhaupt ins Haus reinläuft. Ja, ihr hört vielleicht das Tropfen. Es tropft, also es läuft so viel Wasser raus, dass es richtig runtertropft, als würde es gerade eine Dusche laufen. Hört mal genau hin. Und hier ist auch nochmal nass. Und die ganze Wand sieht man auch schon. Da zieht es auch schon das Wasser in die Wand. Also hier sieht man, die Wand sieht trocken aus. Und hier um dieses Rohr drum ist die Wand einfach nass. Das heißt, die komplette Wand dahinter ist nass. Dieses Rohr ist hier auch nass. Auf der anderen Seite ist klitschen nass. Und der Keller ist nass gelaufen. Dann noch unsere Garage. Da, wo Auto steht und so, da sind, weil wir haben Elektroauto und da haben wir so Steckdosen in der Wand. Und über den Steckdosen läuft auch Wasser gerade runter. Also unsere komplette Garage und unser Keller steht unter Wasser. So. Und das war heute eine sehr belastende Situation. Es hat uns heute den ganzen Tag gefressen. Deswegen konnte ich auch heute mein Setup nicht vernünftig einrichten. Ich habe meine ganzen Sachen schon eingepackt gestern. Habe alles schon hier rübergebracht und habe gedacht, okay, ich rechte erstmal jetzt für so ein paar Tage in der Gästewohnung mein Setup richtig schön ein. Und dann jetzt in den nächsten Tagen packe ich die Sachen nach oben in mein richtiges Streamingzimmer und habe dann halt da eben ein vernünftiges Setup. Aber heute den ganzen Tag mussten wir uns darum kümmern. Jetzt kommt das große Problem. Wir haben eine Firma beauftragt, die den Garten von meiner Mutter neu gemacht hat und so. Also wir haben so Handwerker und so beauftragt, die haben sich um bestimmte Sachen gekümmert. Und derjenige, der das Haus gebaut hat, also der Bauherr vom Haus, die beiden sind jetzt am streiten, wer dafür verantwortlich ist. Denn die eine Seite sagt, ja, das muss schon vorher, also unsere Leute, die wir da hatten, sagen, ja, das muss schon vorher undicht gewesen sein. Es hat noch nicht stark geregnet, seit das Haus ist das Haus sehr neu. Es hat noch nicht stark geregnet, seit das Haus steht. Deswegen konnte es noch nie richtig getestet werden oder whatever. Und der Eigentümer sagt, jo, die müssen irgendwas kaputt gemacht haben bei den Gartenarbeiten. Und deswegen ist da jetzt ein Leck. Und deswegen läuft es in den Keller rein. Das heißt, ich hoffe jetzt, die kriegen sich geeinigt und fixen das halt schnellstmöglich. Also morgen sollen halt so Spezialisten kommen, die sich das alles angucken. So Leute, die halt da sich mit auskennen mit Wasserschäden und bla. Die gucken sich das alles genau an und die versuchen herauszufinden, wo das Wasser genau ins Haus reinläuft. Das weiß halt gerade keiner. Und das hat halt heute so viel Zeit gefressen, diese ganze Organisation, diese beiden Fronten. Und ja, das alles zu organisieren. Das ist einfach wirklich Horror. Horror. Das ist so. Warum? Warum? Einen Tag bevor wir umziehen. Einen Tag bevor wir Regen und Sturm. Und bei manchen Leuten ist Strom ausfallen. Bei uns ist der Keller voll gelaufen. Und das ist halt ein bisschen dümmer. War scheiße, sage ich mal. Ich bin einfach sehr gestresst heute. Mir geht es also auch nicht ultra gut, weil ihr könnt euch vorstellen, das ist ganz schöne Kopfschmerzerei. Und es hat mich ziemlich fertig gemacht heute. Ich habe gerade wirklich viele Sachen so im Hinterkopf, die mir ziemlich Stress machen. Und jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Also auch wenn ich jetzt nicht streamen würde, ich würde dann nur rumsitzen und würde mir Sorgen machen, weil ich muss eh bis morgen warten. Also macht euch keine Sorgen. Ich kann jetzt eh nichts machen. Wir haben einmal überall hingestellt. Wir haben alles versucht, so trocken wie möglich zu wischen und dann halt einmal hingestellt und versucht zumindest, dass die Wände nicht komplett nass werden von Schimmel und so. Aber jetzt können wir eh nichts mehr machen. Also jetzt heißt es abwarten und morgen hoffen, dass die eine Lösung finden. Es ist halt echt scheiße. Es ist so eine scheiße. Parking too close to the ocean. Oh oh, das hört sich nicht so gut an. Das war wahrscheinlich auf Madeira. Let's go. Das sieht wirklich aus wie Madeira. Hä? Es könnte wirklich Madeira sein. Little too close to the ocean. So when they came back, it was swept away by the waves. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Nobody was in the car at the time and the car was eventually brought back to land when the tide went down. Pickle. 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 Stell dir vor, du parkst dein Auto. Da. Einfach. Du parkst. Wo hab ich mein Auto geparkt? Ah, ich bin immer so vergesslich. Wo hab ich mein Auto geparkt? Ich dachte gerade ganz kurz, es wäre Bram von Pete's Wheat. Ganz kurz, auf dem ersten Augen wicke es leider für mich auch die Bram von Pete's Wheat. Jetzt auf dem zweiten Augen wicke ich nicht. ...is that he can't taste anything, so he tried eating an onion, lemon juice and garlic paste. So here's an onion. Nothing. Shot of lemon juice. Nothing. That would hurt. Nothing. This is a crazy virus. This dog is blind and doesn't have any eyes, so the owner likes to put on some googly eyes for fun. This is what it's like for a pilot to fly in a tight formation. If you take a wet toothbrush and pedicat with it, it supposedly reminds them of getting cleaned by their mother. Oh, mit der was, mit der, mit der Zunge. Oh, cool. Oh, die Katze sich aus, als würde die gerade losheulen, weil sie an ihre Mutter denkt. I'm gonna stack these cups, in under a second, on this table. Just watch. Yeah, there we go. New record. This dog stole a giant brick of butter and refused to let it go. Here's an extreme close-up of someone breaking a pencil. An absolutely massive rat was spotted in New York City. I found this cool plant called a milkweed. When you crunch it up, it releases a giant cloud of puffy seeds. That's the end of this video. Hopefully I was able to make your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Oha, was hab ich noch nie gesehen, krass. Küsse gehen raus, Adelios. Kuss, 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 kuss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal. So, let's go. Oh, glad. Mmh. Mmh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vielen Dank.